Ja, Mette Leute, und ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal. Heute werden wir uns mal den Stream vom 9.10. anschauen. Schauen wir, was unser Lieblings-Ex-Youtuber so alles gerissen hat an dem Tag. Schaut gerne beim gestrigen Video vorbei mit dem Gewinnspiel. Läuft noch bis Sonntag, wenn ihr eine Flasche Drachen-Mette-Mette gewinnen wollt. Schaut da gerne rein. Kommt gerne auf den Discord, würde mich sehr freuen. Link ist in der Beschreibung. Stream heute oder morgen. Ich werde euch über Community-Tab und im Discord Bescheid geben. Wann und ob. Und jo, dann würde ich sagen, lass gerne einen Kommentar da. Mit euren Meinungen zum Video. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal rein. Philipp, danke schön. Alter, jetzt ist er schon bei 700 Rosen. Wie viele Rosen hast du raus? Dankeschön, mein Pop. Der ist stark, ne? Der ist stark geworden. Heute ja. Das war der Sinn dahinter, dass ich zwei Tage Pause gemacht habe. Das haben mich meine Zuschauer vermisst, Alter. Nico, dankeschön. Voll übel. Dankeschön, Leute. Auf jeden Fall voll übel, ja. Also erstmal hatte die Musik am Anfang viel zu laut, also macht jetzt keinen Sinn, das hier im Video mit reinzupacken. Er hatte darüber gesprochen, dass er jetzt ja viel auf Kickstream möchte, das wissen wir ja schon. Angeblich ab nächsten Montag. Ich weiß jetzt nicht, ob er bei Kick gesperrt ist oder warum eine Woche, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er auf gesagt, ja, hier Abo nur 3 Euro, liken, tippen, folgen, was weiß ich, was Reinhard immer sagt, um Geld und Reichweite zu erbetteln. Da frage ich mich aber, warum schmeißt er so die Werbetrommel an, sage ich mal, auf einer Plattform, wo er jetzt bald nicht mehr streamen wird. Ich meine, jetzt streamt er ungefähr, ja so 80 Prozent, ungefähr, seiner Streamingzeiten auf Kick. Und jetzt wird er am nächsten Montag noch mehr, also dann gar nicht mehr auf TikTok, oder wie soll ich das verstehen? Aber jetzt noch die Leute dazu an, um ihn zu abonnieren, obwohl Rainer bald nicht mehr auf der Plattform streamen wird. Sollen wir hier mal erklären, verstehe ich damit nicht ganz. Und dann kommen wir noch dazu, Rainer hatte erwähnt, ja, TikTok ist so eine Blöde-Plattform wegen einer 70-30-Cut, was auch stimmt, da brauchen wir gar nicht drüber zu unterhalten. 70 Prozent, ich glaube, 70 Prozent, ich glaube, YouTube nimmt 40 bis 50 Prozent. Ich glaube, Kanalmitschaften nehmen die, glaube ich, 40 Prozent. Und ich glaube, Supersticker und so weiter auch 40, 45, auf jeden Fall irgendwas um den Dreh. Ich habe es noch nie genau nachgerechnet, aber so ungefähr. Ja, und TikTok einfach 70 Prozent. Das ist krass, wirklich. Kann man jedenfalls stehen, der da nichts streamen möchte. Aber einfach die Gründe dazu, ne? Rainer sagt, jo, ihr müsst dann weniger Geld ausgeben, bla bla bla. Sagt doch einfach, jo, ne, da kriege ich einfach einen besseren Cut und fertig. Keiner wird dich dafür kritisieren, wenn du die Plattform wechselst. Von der Plattform, okay, von TikTok auf Kick, okay. Aber ich denke mal, TikTok ist noch ein bisschen verwerflicher als Kick. Von einer eher, ja, nicht so beliebten Plattform, was den Ruf angeht, zu wechseln zu einer Gaming-Plattform. Ist ja gar nicht schlimm, wenn du sagst, jo, ich streame eh lieber Gaming. Und der Cut ist da besser. Ne? So, fertig. So muss man dann nicht so rumlügen und sagen, ich wechsle für euch. Ich mache das hier für euch. Völliger Quatsch. Und dann natürlich wieder die Ansage gegen, ja, TikTok, so, ja, wenn ihr was verändert, dann bleibe ich. So wie damals auf YouNow, ne? Ich meine, YouNow, da hatte er die Macht dazu, sage ich mal, dass die YouNow-Besitzer ihm, ja, Gehör schenken mussten. Vor allem, dass er zu der Zeit halt der größte deutsche Streamer war. Mit ein paar hundert Zuschauern im Schnitt, ne? Also, die Plattform war sehr, sehr klein. Lasst euch da nicht vom Beirren von meinen Worten. Und dann hat er auch so ein Video gemacht, so, ja, Ansage an YouNow, Hashtag verbessert YouNow, oder so, oder Hashtag Drache verbessert YouNow oder so. Und das war ein ähnlicher Aufbau, ne? Und ich glaube, er ist immer noch so in der, in der Meinung gefangen. Sag ich mal, wenn der sagt, ja, wenn der Drachenhaut sagt, TikTok soll das ändern, dann wird TikTok das auch ändern. Denn bevor Drachenhaut von TikTok weggeht, wird TikTok auf jeden Fall den Share ändern. Natürlich, Rainer, natürlich. Deswegen, wir können uns jetzt bald höchstwahrscheinlich viel mehr auf Kickstreams freuen. In sehr großen Anführungszeichen. Und ich hatte noch etwas Cooles gesagt. Ich glaube nicht, ne? Ich finde es aber noch total verwertet, dass man jetzt so die Werbetrommel spielt. Sagt man das so? Ich denke schon. Die Abos runter setzt und so weiter. Und viel Call to Action macht. Und dann, aber im Endeffekt, nächste Woche nicht mehr das Streamen wird. Naja, sollen die Leute selbstwissen, die viel Rainer spenden. Und dann kommt jetzt das Beste, sag ich mal, ne? Ich finde es sehr schade, dass er immer mit ihm streamt. Weil dieser Ibo-Typ ist echt sehr nett. Also wirklich, der ist sehr, sehr sympathisch, finde ich. Absatz davon, dass er mit Rainer streamt. Er sagt zuvor nicht so, ja, Mann, Rainer, du bist stark geworden. Einfach nur so aus Nettigkeit, ne? Er weiß, dass Rainer nicht stark ist, sag ich mal. Aber Rainers Ego sehe ich wieder so stark, ja, gekitzelt, sag ich mal, dass er sofort rauskommt. Und sagt, ja, Mann, deswegen habe ich leider nicht gestreamt. Und Leute, die dabei waren, ich kann jetzt nicht jedes Match einblenden, aber es sind teilweise Matches mit dreistelligen Punktezahlen. Und wer weiß, wie viele davon nur durch Tippen kommen, wofür ihr kein Geld bekommt. Also diese zwei Tage Abszenz von TikTok haben ihm gar nichts gebracht. Weil abseits seiner, ja, Fake-Spenden, sag ich mal, nicht viel bei rumkommt. Wie gesagt, so, wenn ihr die Streams selbst gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Ich kann hier nicht so viele Dinge einblenden. Aber er verliert schon sehr oft sehr haushoch. Erst recht, wenn da ein Forever reinkommt, sehen wir später auch. Da geht es richtig ab. Also Rainer und stark geworden. Ne, Rainer baut sehr stark ab und wird sich sein Grab zum Glück mit Kick selbst schaufeln. Da drüben wird jetzt unter Garantie gleich der Forever reinhauen, wenn der wirklich da ist. Ich habe das Ruhe mit, wenn ich da reingedwurft habe. Forever! Ich habe es gewusst, Alter, ich habe es gewusst. Das macht er jedes Mal. Das macht er jedes Mal. Ja, ich weiß ja, dass er dich gerne ärgert, der Forever. Das weiß ich ja, aber dass er dich immer so doll ärgern muss. Das ist noch nicht zu Ende. Und meine Probe geht schon wieder bis an die Decke. Ich kann heute Abend bestimmt wieder nicht einschlagen. Das ist noch nicht zu Ende. Ich tippe drauf, dass du am Ende 20, äh, ich denke, dass du 40.000 Punkte am Ende haben wirst, schätze ich mal. Weil der will mich ja immer möglichst hoch verlieren lassen. Meine Probe geht schon wieder. Oh, ihr seid verrückt, verrückt seid ihr. Verrückt seid ihr, ey. Verrückt, verrückt, verrückt. Verrückte Welt. Die Abonnentenvorteile von Tanzverschuss gehen bald verloren. Also nur, falls du hier bist, Tanzverschuss, deine Abonnentenvorteile gehen bald verloren. Ach ja, Drachen und Forever, ne? Das war auch gerade beim Battle mit Ibo auch schon so. Aber ich hab das hier lieber genommen. Und zwar wirklich ne Rainer. Ich frag mich manchmal, wenn du diese hohen Zahlen siehst, die seine Matchpartner bekommen. Denk dir manchmal, scheiße, was hab ich nur gemacht? Warum bin ich so blöd? Warum hab ich so viel Geld quasi flöten gehen lassen? Einfach nur, weil ich so stur bin. Letztes glaub ich nicht. Erstes glaub ich schon. Ich denk schon, dass Rainer sich denkt, scheiße. Hätte ich doch einfach einmal meinen Maul gehalten. Da hätte ich diese großen Spender wie, äh, Camping Dude Forever, äh, Forever. Camping Dude Forever, ich denk ja, Camping Dude 1. Camping Dude 1, Forever. Wie sie alle heißen. Da gibt's ja ein paar, die ihn jetzt langsam aber sicher abgeschworen haben. Aber der denkt so, jo, ich hätte die anderen noch gehabt. Diese 20.000 Punkte hätte meine sein sollen. Und da hat die auch teilweise so viele Punkte, ne? Ich glaub nicht, dass Forever ein Bot ist oder sowas, der Geldwäsche betreibt. Ich glaub, es war wirklich jemand, der einfach gerne viel Geld in kleinen Streams raushaut, ne? Tja, und der ist weg. Und jetzt immer bei Rainer, er sagt immer, ja, ist mir egal, meine Matchpartner sollen ruhig das bekommen, bla bla bla. Schwachsinn. Rainer hasst das wirklich. Rainer hasst das wirklich wie die Pest, dass seine Matchpartner so viel Geld bekommen. Weil er bestimmt in seinem Kopf denkt, das ist eigentlich mein Geld. Das muss mein Geld sein. Natürlich ist es sehr witzig, ne? Forever, falls du das sogar siehst, kann gut sein. Lass das einfach, ne? Klar ist es witzig, wenn der Drachenlord so ein bisschen, ja, traurig wirkt, weil das jetzt nicht mehr sein Geld ist, bla bla bla. Aber über Umwegen kommt das Geld zurück zum Rainer, ne? Mein Auge wird ihm mal ein paar Geschenke geben. Mel hat ihm schon ein paar Geschenke gegeben. Birella gibt ihm Geschenke. Dieser Abo gibt ihm Geschenke. Was weiß ich, ne? Mit dem er halt gerade matcht. Deswegen unter Umwegen kommt dein oder euer Geld trotzdem zum Drachenlord. Und ich finde kein MET, also ich finde so wenig MET ist im Vergleich zu dem, was man aufbringen muss, sollte es wert sein, ja, Rainer Geld dafür zu geben. Finde ich. Aber natürlich, ich will dir keinem vorschreiben, was er mit seinem Geld macht und was nicht. Zehn Sekunden noch. Alles mal fünf. Zehn Sekunden noch. Basti, danke schön. Zehn Sekunden noch. Alle zusammen. Alle zusammen. Forever. Aurora, die auch, danke, forever, Alter. Ferrari oder was war das? So ein Rennauto, Alter. Megast. Oh, meine Pumpe. Ich grüße, Leon. Alter, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Ich bin schon alt. Ganz stark, ganz stark. Oh, meine Pumpe. Küsse dein Herz, forever. Liebe geht raus. Liebe geht raus. An alle, an euch alle, geht Liebe raus. Ihr seid der, ihr seid auf der Wagen. Dafür bräuchte mir schon, egal, dafür bräuchte mir jetzt schon einen Drachen, dass wir das rocken. Einen großen. Oder ein Löwen. Danke, Drache, der ist ein bisschen Fan von dir. Gerne doch. Oh, ich danke dich alle. Meine Pumpe geht riesig hoch. Ich kriege riesig. Und ich habe Bauchschmerzen. Und ich habe Bauchschmerzen. Danke euch. Danke euch. Danke, ganz große Novo. Danke euch. Ich habe wirklich Bauchschmerzen gerade. Weiter, danke für 26,6K-Likes. Danke dir. Mini auch. 36. 36, nicht 26. Mal alle forever und Herz in den Set. Alle forever und Herz in den Set. Anstatt aus dem Kursen. 36, nicht 26. 36.000, nicht 26. Du hast gesagt 36, du hast gesagt 26. Du hast gesagt 26. Nee. Doch. Oder ich habe mich extrem verhört. Aber ich glaube, du hast 26 gesagt. Ja, wir haben Ende noch Auge, hallo. Ich will sagen, dass ich recht habe. Auge, hallo. Ich will dich berichtigen, damit ich überhaupt irgendwas nochmal in diesem Stream selbst entscheiden kann. Ja, da kam nochmal Forever, hat richtig reingehauen. Da war Rainer wieder kurz vorm Durchdrehen, glaube ich. Ich glaube, hier ist es nicht mal lange hin, dass wir wieder einen Heuli-Heuli-Stream von Rainer bekommen. So wie vor einer Woche ungefähr, anderthalb Wochen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, und das lässt sich nicht kalt so. Nicht mal, dass er nicht gewinnt. Das ist, glaube ich, Nebensache so ein bisschen. Auch schlimm. Aber eigentlich nur Nebensache. Ihr denkt einfach, das ist mein Geld. Und dann auch noch so viel. Das ist, glaube ich, ein Drache gewesen. Ich glaube, 30.000 Punkte ist, glaube ich, ein Drache. Und das tut gerade Rainer natürlich noch mehr, ne? Der würde sich so freuen, wenn er Drachen bekommen würde. Aber dann kommt plötzlich, oh, ich habe Bauchschmerzen. Die ganze Zeit am Erzählen. Jo, gleich noch auf Kick. Alles voll geil. Und dann kommt wieder so ein bisschen, ja, Gegenwind, sage ich mal, von Forever und so weiter. Da ist wieder, oh, ich habe Bauchschmerzen. Ich meine, ich möchte euch das mal so ein bisschen erklären. So, ne? Rainer am Anfang des Streams meinte er. Jo, Leute, heute 20 Uhr Start. TikTok war er auch da ungefähr. Meinte er jetzt so zwei bis vier Stunden TikTok. Und dann noch zwei Stunden Kick hinterher. Heute. Bla, bla, bla. Und dann kam Summer Forever. Und dann plötzlich, oh, ne? Ich habe Bauchschmerzen. Dann fangen ja irgendwann an, auch die Bauchschmerzen nochmal zu, ja, überbieten. Und sagt ja, er hat Nierenschmerzen plötzlich. Und dann hatte seine Schwester plötzlich auch eine genetische Nierenerkrankung, die er aber nicht hat. Also wieder diesmal die Schweizer Taschenschwester. Und deswegen ist er auch um Punkt 22 Uhr auch offline gegangen, weil es ihm ja so schlecht geht. Aber er ist später noch im Discord zum WoW-Spielen. Natürlich, Rainer. Natürlich. Ah, einfach. Das ist so passend, ne? Rainer sofort, oh, ich habe Bauchschmerzen. Oh, ich glaube, ich kann jetzt nicht weiter streamen. Es tut mir leid, ich gehe offline. Einfach, weil er merkt, wie viel Geld er nicht bekommen hat. Um was anderes geht es ihm nicht. So 90% das, 10% das er die Matches verliert, würde ich sagen. Aber naja, am Ende streamt er noch mit Hartgeld, Noten Records. Und hier reden auch wieder auch Hater, im Video sieht alles, bla, bla, bla. Es ist nichts Wirkliches passiert. Und dann kamen Momente, Rainer macht hier oben, Leute, noch ein Match. Wenn ich das gewinne, mache ich eine halbe Stunde länger. Surprise, surprise, er hat verloren. Und meinte dann, ein Mann, ein Wort, ich gehe jetzt offline. Rainer Winkler, Lügenlord himself, Mr. Ankündigungslord, sagt ein Mann, ein Wort und geht dann offline. Jaja, man hat uns alle sehr, sehr überrascht, würde ich sagen. Aber ja, dann ist Rainer trauig vom TikTok-Palast runtergelaufen und in den Discord rein, um VRV zu spielen. Obwohl es ihm sehr schlecht geht und er deswegen nicht auf Kick streamen kann. Ich verstehe gar nicht, warum er sagt, Jo, ich habe so viel gemacht, die ganze Zeit, wo ich bin so ausglockt, ich brauche dringend ein Wochenende frei. Er hat das ganze Wochenende das gemacht, was er auch sonst macht, nur halt ohne Stream. Sprich, er hatte keinen Bock auf diese Chat-Interaktion und deswegen nicht gestreamt. Das sollte alles zu seinen Fans sagen, was gesagt werden muss. Ich würde sagen, er ist genau eine Meinung zu seinen Bauchschmerzen in den Kommentaren. Würde mich sehr interessieren. Wie ich sagen, wir sehen uns heute oder morgen beim Stream, im nächsten Video, in den Kommentaren, im Discord, überall. Kommt kein drauf. Wie gesagt, erster Link in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.